Welche Tierschutzorganisation ist die beste? Und gibt es Tierschutzorganisationen, denen man sein Geld nicht anvertrauen sollte? Du erfährst heute klar und deutlich die Unterschiede und wofür die einzelnen Organisationen stehen. Und auch worüber die Organisationen vielleicht nicht so gerne öffentlich reden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Heute gibt es die Zusammenfassung des aktuellen Standes der NGOs und Vereine, die es in Deutschland gibt zum Thema Tierschutz. Um dir eine Entscheidungserleichterung zu geben, wohin das Geld gehen soll. Konkret vergleiche ich heute PETA, die vegane Gesellschaft Deutschland, die Ärzte gegen Tierversuche nicht zu verwechseln mit den Ärzten ohne Grenzen. Die waren ja auch schon auf dem Kanal, Provec, das deutsche Tierschutzbüro, Animal Equality, die Sea Shepherd und Animal Liberation Front. Extension Rebellion habe ich heute bewusst außen vor gelassen, da diese eher das Klima primär im Fokus haben. Und heute soll es wirklich vor allem um den Tierschutz gehen und Vereine NGOs, die sich für den Tierschutz konkret einsetzen. Also wenn du was Gutes tun willst, wen solltest du unterstützen? Denn jeder setzt andere Schwerpunkte und ich hoffe, dass du am Ende dieses Videos ganz klar dich für eine der NGOs oder der Vereine entscheiden kannst und nicht überlegen musst, woher gibt es so viele, wo soll mein Geld hingehen? Legen wir los. Grundsätzlich lassen sich diese acht Vereine in drei Gruppen einteilen. Einmal Bildung und Aufklärung, dann direkte Aktion und Aktivismus und drittens radikale Aktionsgruppen. Zu ersteren Bildung und Aufklärung zählt PETA, die wohl bekannteste Tierrechtsorganisation und die Kampagnen sind völlig überall zu finden. Also die Lobbyarbeit, Tierrechtsbildung, provokante Aktionen in der Öffentlichkeit, PETA macht alles. Wenn du mal ein Bild gesehen hast von einem Prominenten, der sich nackt hat abbilden lassen im Kontext von Tierschutz, dann steckt da wahrscheinlich auch PETA dahinter. Dann die zweite Bildung und Aufklärung der Organisation ist die vegane Gesellschaft Deutschland. Hier geht es vor allem um den einzelnen Menschen und eine Aufklärung zum veganen Lebensstil für den einzelnen Menschen und weniger auf strukturelle Probleme und wirklich eigentlich nur bezogen auf die individuelle Entscheidung vegan zu werden. Und drittens auch Bildung und Aufklärung Probeck. Die machen vor allem Lobbyarbeit und sind sehr in der Breite aufgestellt. Klarer Fokus allerdings sehr, sehr und das viel mehr als PETA, sozialkonform, nie aneckend und versucht über eine breite Akzeptanz, es allen recht zu machen und so zu wirken. Die zweite Kategorie, das sind Vereine, die vor allem durch Aktionen bekannt sind. Zum Beispiel die ärztlichen Tierversuche, die ganz konkret in der Wissenschaft Kampagnen durchsetzen, die Initiativen gründen, die alternative Forschungsmethoden initiieren und in das Bewusstsein in der Wissenschaft eingreifen. Aktiv, immer wieder, immer wieder. Dann das Deutsche Tierschutzbüro, welche aktiv in der Öffentlichkeit immer wieder anprangern, quasi die ganze Zeit aktiv damit beschäftigt sind, Sachen zu posten, Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu generieren und oft sehr emotional Menschen versuchen zu erreichen. Und Animal Equality, welche viele Undercover-Recherchen durchführen, international und dadurch extrem viele Missstände ganz konkret aufzeigen. Die Reportagen sind weltbekannt und so haben schon sie maßgeblich zur Gesetzesänderung beigetragen. Die dritte Kategorie, das sind dann die sehr radikalen Gruppen, was nicht negativ ist, sondern die sind wirklich rigoros, sie ziehen ihr Ding durch und sind formal auch mal im nicht rechtlich abgesicherten Raum aktiv. Da wäre zum Beispiel Sea Shepherd, die ja eine internationale Organisation, deren Mitglieder sich oft großen Gefahren aussetzen auf dem Meer, um eben den Tieren im Meer zu helfen, ohne Bürokratie. Und ja auch die Animal Liberation Fund, die ähnlich wie Sea Shepherd Tiere direkt schützt vor Ort, aber eher auf dem Land und ja auch mal Tiere in Gefangenschaft befreit Aktionen macht. Also das sind mal diese drei grundsätzlichen Unterschiede in der Herangehensweise. Die möchte ich aber nicht individuell bewerten, da darf jeder auf etwas anderes Priorität legen und sagen, das ist mein Fokus, die mag ich aus dem Grunde. Je nachdem, was demjenigen wichtig erscheint. Und da könnte man schöne Vorausswahlen machen. Aber Kriterien, die für alle relevant sind und aus meiner Sicht für alle wichtig sind, sind folgende. Erstens, die Größe und die Reichweite. Zweitens, die Transparenz und auch die Verantwortlichkeit. Drittens, die Effektivität und konkrete Auswirkungen. Viertens, die Innovation und auch die Einzigartigkeit. Fünftens, die wissenschaftliche Expertise. Ich bewerte in Punkten von 1 bis 5 und gewichte die einzelnen Kategorien für mich nicht, sondern ich lasse sie parallel stellen. 5 ist die höchste Punktzahl, 1 die geringste. Am Ende gibt es noch eine letzte Kategorie, wo spezielle Auf- und Abwertungen passieren, aufgrund von Spezifika, die man nicht vergleichbar über alle ziehen kann. Wenn dir einzelne Kategorien besonders wichtig sind, du sagst, Transparenz ist mir sehr wichtig, dann kannst du natürlich auch selber gewichten. Die Grunddaten, also die Ergebnisse der Bewertung, die stelle ich dir alle in der Infobox zur Verfügung. Da kannst du das nochmal in Ruhe durchlesen. Wie auch die Links zu den Organisationen und auch eine Studie oder Essays, die ich hier verwende in diesem Video. Ich bin kein Mitglied irgendeiner dieser Organisationen. Ich habe keine persönliche Priorität. Ich habe auch gar kein Geld aktuell, die zu unterstützen, sondern mache das hier, indem ich sie vorstelle. Und eben denjenigen, die sich interessieren dafür, jemanden zu unterstützen, möglichst ein gutes Match zu ermöglichen. Und das ist quasi meine Art der Unterstützung. Das heißt, ich bin hier in keinster Weise irgendwie befangen, ich bekomme auch kein Geld oder irgendwie sowas. Das ist einfach wirklich nur ein Ausgehen der vielen Interviews, die ich hier geführt habe. Und ja, auch meine Insights, die ich sozusagen habe, um zehn Jahre in dieser veganen Community umherzustreifen und noch viele schöne inklusive Gespräche zu führen, da einfach für euch so eine kleine Guideline zu schaffen. Okay, starten wir mit der Größe und der Reichweite. PETA ist aufgrund ihrer globalen Präsenz und ihrer starken Medienkompetenz ganz klar vorne und bekommt fünf Punkte. Großen Einfluss und international bekannt sind auch Sea Shepherd und Animal Equality. Und deswegen auch vier Punkte, großer Einfluss. ProBank und die vegane Gesellschaft Deutschland, wie das deutsche Tierschutzbüro, sind vor allem nur hier in Deutschland aktiv. Da aber deutlich spürbar und wahrnehmbar. Deswegen auch noch drei Punkte. Die Ärzte gegen Tierversuche, die haben ein sehr spezielles Thema. Daher ist ihr gesamter Einfluss und auch die Größe begrenzt. Und daher eben auch nur zwei Punkte. Und die Animal Liberation Front ist sehr dezentral strukturiert. Und da haben einzelne Aktionen lokal starken Einfluss. Aber was die Gesamtreichweite und den Einfluss, der von der Organisation, wo ihr ja spendet, herrührt, der ist eher gering. Daher ein Punkt. Zweitens kommen wir zur Transparenz. Da sind ProBank, die Ärzte gegen Tierversuche und die vegane Gesellschaft Deutschland ganz vorne dabei. Sie berichten sowohl über ihre Aktivitäten als auch die Finanzen und das schon im Detail. Vorbildlich. Wer da wie viel verdient, das sieht man in den Bilanzberichten natürlich auch nicht. Natürlich, weil es halt irgendwie keiner macht. 100%ige Transparenz sieht anders aus, wie ich sie mir wünsche. Aber trotzdem vier Punkte für alle drei vorbildlich kann man sagen. Peter ist da schon zurückhaltender, was die Finanzen angeht. Aber ihre Aktionen sind deutlich transparenter und ersichtlich. Also du siehst schon, wo das Geld hinfließt. Beim Deutschen Tierschutzbüro und Animal Equality, ja, sie berichten von ihren Aktivitäten. Aber die Finanzen, die sind noch weniger zugänglich als bei Peter. Man kann sich da ein bisschen was indirekt aus dem Internet zusammensuchen. Ich würde sagen, zwei Punkte. Bei Sie Shepard und der Animal Liberation Fund aufgrund ihres radikaleren Ansatzes ist es verständlich, dass sie die Finanzen nicht offenlegen können. Da sonst der Ruf der Unterstützer ja auch leiden könnte. Aber dafür gibt es eben hier auch in dieser Kategorie nur einen Punkt. Denn über Aktionen wird ja berichtet. Also du merkst ja schon, dass sie was machen, wenn du spendest. Aber auch hier läuft vieles aus offensichtlichen Gründen im Schatten ab. Alles klar. Das ist ein Punkt, den man tatsächlich auch immer im Zusammenhang betrachten muss. Je nachdem, was du für Prioritäten hast. Wer natürlich nirgends anecken möchte und immer schön im Mainstream fischt, der kann auch offener umgehen. Als jemand, der am Rande der Legalität und ein Stück weit drüber hinaus wirkt. Aber es braucht für den Geldgeber natürlich trotzdem auch immer wieder so eine Einsicht. Was passiert denn mit meinem Geld, wenn ich das spende? Von daher ist es auch wichtig, dieses Kriterium zu nennen und eben auch für alle wichtig. Die Punkte könnt ihr ja auch hier sehen, wie sie sich entwickeln. Die dritte Kategorie, das ist die Effektivität und die Auswirkung. Und da ist vor allem Animal Equality zu nennen. Durch ihre Undercover-Recherchen, und zwar international, wurde schon so viel bedeutend verbessert und ganz konkret. Und hier würde ich tatsächlich nur ihnen diese fünf Punkte geben. Bei Sie, Shepard und Peter, die haben aufgrund ihrer direkten Arbeit und auch ihrer Größe auch maßgebliche Impulse gesetzt, sodass sich richtig was getan hat. Und deswegen auch vier Punkte. Aber Animal Equality ist noch, noch effektiver und aktiver. Ärzte gegen Tierversuche sind in dem Bereich, wo sie sind, wirklich wirksam. Und die konkreten Forschungen, die sie anregen, haben nachweislich auch mit ihren Kampagnen zusammen schon zu diversen Gesetzesänderungen geführt. Und dafür gibt es dann eben auch noch drei Punkte. Die Animal Liberation Front, die mag dezentral agieren, aber aufgrund ihrer Internationalität und der Politik der tausend Nadelstiche in das Blut der Tierausbeuter, hat sie da auch schon, die Haut der Tierausbeuter, wo das Blut dann rausgekommen ist, hat ja auch schon ein bisschen was erreicht. Auch das Tierschutzbüro mit ihren Berichten. Da würde ich bei beiden sagen, es ist zwar nur ein reiner Aufklärer, das Tierschutzbüro, aber auch beide zwei Punkte, was die Effizienz angeht. Die vegane Gesellschaft und Proweg als Bereitsteller von Informationen und beide so wenig wehtuend, haben mehr oder weniger dieselben Auswirkungen wie auch andere Influencer oder andere Informationsspreader und bekommen in diese Kategorie ein Punkt. Aber ist trotzdem gut. Was die Innovation und damit auch die Tragfähigkeit für die Zukunft angeht, ist es wichtig, ein deutliches Konzept zu haben, was sich klar abgrenzt von der Vergangenheit, auch vielleicht von anderen und was genau definiert ist. Und dabei am Puls der Zeit zu sein und sich immer wieder weiterzuentwickeln. Und da ist vor allem C. Shepard und Peter ohne Frage, was Medienkompetenz, moderne Medien und Kreativität angeht, ganz vorne dabei mit jeweils fünf Punkten. Animal Equality nutzt Virtual Technology für ihre Undercover-Recherchen und wir haben dieses investigative Image, was auch absolut zukunftsträchtig ist. Sie kennen das alle, diese Rapporte über alle und so. Also da auch vier Punkte finde ich richtig gut. Ärzte gegen Tierversuche sind per se durch ihre starke Wissenschaftskonkretisierung in der Sache schon immer ganz gut am Puls der Zeit. Wenngleich ihre Methodik eher Standardinformationsbeschaffung und Sensibilisierung durch Fakten ist, Aufarbeitung. Aber trotzdem drei Punkte, weil es halt im Wesen schon immer modern ist. Probeck und das deutsche Tierschutzbüro versuchen auf ihren Webseiten und mit Kooperationen auch modern und innovativ mitzuhalten, würde ich mal so sagen. Moderne Webpage. Aber ihre Instrumente sind es leider nicht, sondern das, was man schon seit Jahrzehnten macht. Aber auch noch zwei Punkte, dass sowohl die vegane Gesellschaft für Ernährung und auch die Animal Liberation Front weder eine innovative Webseite hat, noch dass ihre Methoden in irgendeiner Weise innovativ sind. Und dafür gibt es dann eben auch trotzdem immer noch einen Punkt, aber ja, das muss man ja irgendwie abgrenzen untereinander. Nun kommen wir zur wissenschaftlichen Expertise und Besonderheiten. Auch da der Hinweis nochmal, das sind alles Kriterien, die ich für wichtig halte. Bitte entscheide selbst, was du in deine Entscheidung mit einfließen lässt. Ich möchte einfach nur einen Überblick geben. Bedien dich, wie du möchtest. Ärzte gegen Tierversuche sind auf Nonplusultra, wenn es um wissenschaftliche Expertise gilt. Hier kann man zwar aus einer gewissen Perspektive nur da drauf schauen, der Perspektive des Tierschutzes, aber anhand ihrer Publikationen arbeiten ganz klar erkennen, dass hier einwandfrei wissenschaftlich gearbeitet wird. Und ich habe da nichts auszusetzen und da liegt aber auch naturgegeben der Fokus drauf. Von daher fünf Punkte. PETA mit ihrem Science-Konsortium einer eigenen wissenschaftlichen Abteilung liegt nur knapp dahinter, da PETA auch mal ja wieder der Wissenschaft und Empfehlungen Sachen rausgegeben hat, beziehungsweise so ein bisschen sich das zurecht drückt. Das ist bei allen sicherlich ein bisschen der Fall. Aber ich sehe da keine fünf Punkte. Dann wird es kompliziert. Liegt wohl auch daran, dass meine Expertise bei diesem Thema am ausgeprägtesten ist. Auch da der Tierschutz ja eher aus ethischen und wirklich aus wissenschaftlichen Gründen gefördert wird, macht es bei diesem Punkt nicht so einfach. Aber da das Thema Ernährung sehr gut wissenschaftlich ausgerollt werden kann und das ja mit dem Tierschutz in ganz, ganz enger Zusammenarbeit oder im Zusammenhang steht, beurteile ich die anderen Vereine, die sich gerade auch mit Ernährung beschäftigen, anhand ihrer Ernährungsexpertise. Und die Grundlage meiner Bewertung bilden neben meines eigenen Wissens, was ihr ja immer belegt in meinen Videos findet, auch das Physicians Committee. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für verantwortungsvolle Medizin einsetzt und ein Netzwerk von Ärzten und Wissenschaftlern und Gesundheitsfachpersonal ist, die auch alle den Tierschutz mit auch im Fokus haben. Ihm gehören international renommierte Persönlichkeiten an, die ja sicherlich alle kennt, wie Dr. Michael Greger, Dr. Neil Barnard, Dr. Cordwell Esselstin, Colin Campbell ist dabei. Also wirklich die Crème de la Crème, derer die vegane Ernährung auf wissenschaftlicher Basis in die Gesellschaft integriert haben. Und ja, das ist so meine Guideline. Okay, Sea Shepherd Animal Liberation kann man hier einfach keine Punkte geben, da Wissenschaft überhaupt kein Thema ist bei den beiden. Muss man leider so sagen, in der Kategorie gibt es keine Punkte, aber sie wollen das ja auch nicht. Manchmal ist es auch besser, sich auf eine Sache zu konzentrieren und ja, bevor man was falsch macht. Und wir kommen dann jetzt erstmal zur deutschen veganen Gesellschaft. Da ist Wissenschaft auch kaum ein Thema, aber was ausgeführt ist, das ist zumindest wissenschaftlich korrekt. Und dafür gibt es dann auch noch zwei Punkte an den Stellen, wo sie was sagen. Okay, Provec hat zwar doch einige Artikel mit betont wissenschaftlichem Duktus, was auf den ersten Blick meinen Anklang findet und natürlich auch in der Endaussage, veganisch gesund, findet aber in allen Artikeln durchzieht sich so eine sicherheitslastige und konservative Betrachtung, die sich in der Wissenschaft immer mehr als gesundheitlich schädlich herausstellt. Und das ist, also das ist schon, da muss man schon aufpassen. Also das ist noch so wenig die Herangehensweise nach dem Krieg. Hauptsache kein Mangel. Das Optimum interessiert uns nicht. Habt da keinen Mangel, wo wir vielleicht haftbar gemacht werden können oder so. Um ganz sicher zu sein, hauen wir da noch ein paar Nahrungsergänzungsmitteln drauf. Egal, einfach drauf drauf drauf. Was immer mehr zu einem globalen gesundheitlichen Problem wird, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Und dieses Spiel mit der Angst, beziehungsweise der Unsicherheit, bekommt dann extra noch eine bittere Unternote, wenn man plötzlich sieht, dass Provec auch das einzige Unternehmen ist, was auf ihrer Webseite eigene Nahrungsergänzungsmittel promotet und daran verdient. Besonders hervorzuheben ist hier auch nochmal, dass es immer noch keine klare Evidenz gibt, dass zum Beispiel bei einigen Sachen wie der Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren in Form von DAA oder EPA, dass es da irgendwie Vorteile gäbe. Und auch, dass es keinen negativen Effekt hat, wenn man nur ALA zu sich nimmt. Und sie schreiben dann einfach solche Sachen wie, ja, es führt zur Herzgesundheit. Und das vermittelt den Eindruck, es sei notwendig. Also so suggestiv. Und die Wissenschaftschaft auch in Form von Physicians-Komitee hat das schon mehrmals deutlich Stellung bezogen. Sie zeigen deutlich, dass eine Supplementierung mit irgendwelchen Omega-3-Ölen auch in einer veganen Erlehrung nicht notwendig ist. Das hat auch ein Bundesamt für Risikobewertung, auch von der DGE. Niemand sagt, dass das notwendig ist. Man muss sich auch immer vor Augen halten, dass Nahrungsergänzungsmittel kein Spielzeug sind. Und noch ein bisschen, das gehört einfach zur Seriosität dazu. Man sollte das nicht einfach reinkippen. Mittlerweile gibt es immer mehr Studien, die auf die Gefahren der Überversorgung mit Nahrungsergänzungsmitteln hinweisen. Beispiele, Kalsifizierung oder Eisenüberladung. Gerade wenn man bedenkt, wie der RDA, also die Grundlage der Nahrungsempfehlung, entstehen und welche statistischen Methoden da eingesetzt werden, siehe dazu auch mein Video. Das wertet den Versuch von Provec, wissenschaftlich zu argumentieren, schon massiv ab. Also, da es eben diese Einstellungen hat, die dann zu großen Gefahren auch für die Gesundheit werden können. Und dann noch mit der Vermarktung eigener Nahrungsergänzungsmittel, das ist schon echt komisch, also wissenschaftlich. Gerade, wenn sie auch sonst sehr professionell und teilweise so ein bisschen am Aal glatt rüberkommen, was halt sehr gut ist, um viele Menschen zu erreichen. Naja, für mich daher trotzdem noch ein Punkt, weil es ja auch viele wichtige, gute Sachen, die sie schreiben, aber an dem Punkt, genau wie für das deutsche Tierschutzbüro. Deren Verweise und Studien, ja, die wirken weniger professionell, was in dem Kontext auch authentischer ist, ist und, ja, sind auch eher weniger und, ja, geht noch irgendwie. Animal Equality, die durchaus manchmal science-based kommunizieren, aber letztlich ihre Stärken woanders haben, bekommen auch einen Punkt irgendwie. Fragt mich nicht, warum, aber irgendwie kommen sie willkommen. Generell, also PETA ist auch nicht perfekt, dass so aktuelle Ernährungswissenschaften sind echt unterrepräsentiert in den Tierschutzsachen. Die sind sehr, sehr darauf ausgelegt, ja, den Tierschutz zu promoten und der Mensch gar nicht so sehr im Fokus. Also die Gesundheit des Menschen, die wird zwar beschrieben, teilweise auch sehr, sehr, versucht sehr ausführlich auf den ersten Blick, wie bei Probeck zum Beispiel, aber da ist nicht viel dahinter. Da ist so ein Sicherheit-Denken dahinter und da geht es nicht darum, das Optimum für dich zu erreichen. Aber das ist klar, wenn du das Ziel Tierschutz hast, dann sind erst mal Tiere da und die Menschen, ja, da gibt es andere, bessere Kanäle. Nur noch etwas, was zu einer außerordentlichen Abwertung führt und zwar ein Thema, was gesellschaftlich, gerade was den Tierschutz angeht, trotzdem immer noch problematisch ist, da es noch keine große Akzeptanz hat. Aber die Grundfeste von Tierschutz betrifft und das ist die Frage, darf man ein Tier überhaupt besitzen? Ein lebendes, fühlendes Wesen? Aus meiner Überzeugung darf kein fühlendes Lebewesen besessen werden. Ich empfinde das als völlig normal, aber es braucht wahrscheinlich noch eine Zeit, bis man selbst bei den Tierrechtsorganisationen auch diese Einstellungen großflächig teilt. PETA, V-Shepard und die Animal Liberation Front haben zur Haustierhaltung auch mal offen Stellung bezogen und zumindest als Grundproblem anerkannt, auch wenn die Organisation als solches da keine Stellung dazu abgibt, aber sie haben das schon thematisiert und zur Diskussion gestellt. Dafür gibt es bei ihnen keinen Abzug, wie bei allen anderen Tierschutzorganisationen. Jeweils zwei Punkte Abzug, dass auf deren Webseite gar nichts dazu finden könnte, dass irgendwie unmoralisch erfüllende Lebewesen zu domestizieren oder zu halten. Also der Tierbesitz ist quasi moralisch legitimiert bei allen anderen Tierschutzorganisationen. Ich verstehe das auch, man will Geld von den Menschen haben, die eventuell auch Tiere haben, aber das ist mir zu zweischneidig. Also da gibt es zwei Punkte Abzug, weil man eben den Menschen dann nicht wirklich komplett die Augen öffnen möchte und sie ihm glauben lässt, dass der Besitz von Tieren ethisch und moralisch schon in Ordnung ist, wenn man sie nur genug liebt oder wenn man ihm nur das Beste will. Also von daher, ja, da, aber wie gesagt, die drei Organisationen haben das schon erkannt, die kriegen keinen Abzug, alle anderen zwei Abzug. Und dann gibt es noch, ja, die Gehälter und die Strukturen einiger dieser Vereine. Das sind alle Non-Profit, aber das heißt nicht, dass sie kein Geld verdienen, sondern dass das eingenommene Geld einfach intern direkt reinvestiert wird. Ich bin ja ziemlich tief drin in der ganzen Szene und kenne den ein oder anderen, und erfahre das ein oder andere Detail, und es juckt mir natürlich in den Fingern, einige dieser Vereine einen Punktabzug zu geben, ausgehend dessen, was ich von einzelnen Menschen gehört habe. Insbesondere wenn es um die Erhöhung von Gehältern gibt, insbesondere der leitenden Angestellten. Aber da ich wirklich keinen objektiven Vergleich habe und bisher das nur Hören und Sagen ist, ist es mir zwar wichtig, darauf hinzuweisen, es sind zwar alle Non-Profit, aber verdienen teilweise gut die Mitarbeiter, teilweise nicht, dass Non-Profit nicht bedeutet, dass man sich nicht selbst auch bereichern kann. Aber da will ich jetzt keinen Fass aufmachen, zumal die positive Arbeit aus meiner Sicht ganz klar überwiegt, also spendet auf jeden Fall. Also das sind die 8 Kandidaten, mit denen ich mich intensiver beschäftigt habe, und auch die größeren. Was soll nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, Peter, der Global Player, der sowohl wissenschaftlich, als auch von der Wirkungsvielfalt klar die Nase von hat, zudem auch noch als eines der wenigen Tierschuborganisationen den Mut hat, die Frage zu stellen, inwieweit der Besitz anderer fühlende Lebewesen noch zeitgemäß ist. Oder möchtest du Kandidat 2, die eher kleine deutsche vegane Gesellschaft, deren Fokus eher die Aufklärung des einzelnen Menschen ist, da aber solide Informationen verbreiten und ihre Berechtigung haben. Oder Kandidat 3, Probeck, der professionelle herausgeputzte Verein, der mit Lobbyisten zusammenarbeitet und versucht, in die Politik einzugreifen, aber bei den wissenschaftlichen Takten bezüglich der Ernährung über seine eigenen Interessen strauchelt. Oder Kandidat 4, die Ärzte gegen Tierversuche, die nur ein Thema haben, da aber wissenschaftlich sauber arbeiten und alternativlos in diesem Bereich sind. Oder Kandidat 5, das deutsche Tierschutzbüro, die nationale Bildzeitung der Tierschützer, die eher anprammert und durch emotionale Aufklärung wirksam macht. Oder Kandidat 6, Animal Equality, die mit richtig großen Undercover-Aktionen und internationaler Ausrichtung innovativ die Weltbevölkerung aufklären wollen. Oder doch Kandidat lieben, die Animal Liberation Fund, ein dezentraler, wilder Haufen, der aber mit tausenden Aktionen den Tierquälern dort wehtut, wo sie es am wenigsten wollen. Aber auch nicht immer legal arbeiten. Oder Kandidat 8, die Shepard, deren Proos die Weltmeere bereisen und ebenfalls vor Ort unter Gefahr des eigenen Lebens oder der eigenen Sicherheit sich für die Tiere im Meer einsetzen und eine weltweite und internationale Ausrichtung haben. Das ist deine Entscheidung, wohin das Geld rollt. Das Beste ist aus meiner Sicht, immer du investierst, das Geld direkt dort, wo es gebraucht wird. Aber wenn du nicht genug weißt oder jemanden anderen das überlassen willst, dann habe ich dir heute gerne ein Ranking erschaffen, was aus meiner Perspektive die größten 8 oder die, wo ich mich am besten auskenne, die 8 Institutionen oder eben auch die größten so ein bisschen darstellt. Und wenn du jetzt generell für Aufklärung und seriöse Informationen bist, dann müsste ich sagen, unterstützt PETA ziemlich deutlich. Da gibt es keine wirkliche Alternative. Bist du für aktiven und investigativen Einsatz, dann Animal Equality. Und wenn du auch sagst, radikale Missstände rechtfertigen radikale Methoden, dann ist See Shepard eine gute Option. Ärzte gegen Tierversuche besetzen dieses ganz spezielle Thema, was sie haben, sehr, sehr gut, die Wissenschaft. Alle anderen sind natürlich auch gut und unterstützenswert, aber diese vier, das wären so aus meiner Sicht jeweils die besten Optionen. Und ja, bei allen musst du gewisse Dinge mitschlucken, wenn du sie unterstützt. Alle haben Vor- und Nachteile, die ich erwähnt habe oder auch unerwähnt gelassen habe aus dem Grund, den ich geschildert habe. Aber generell sehe ich es durchaus eher kritisch, dass man bei den Tierschutzorganisationen auch wieder überall immer durch neue Vereine neue Krüppchen erzeugt, anstatt dass man sich gemeinsam in einer Organisation zusammentut. Ja, aber ich verstehe das, alles gut. Klar ist auch, ist immer besser, als gar nichts zu tun. Dann lieber noch einen neuen Verein machen, noch einen hundertsten Tierschutzverein. Also, danke deswegen an alle Vereine und meinen Respekt für eure Arbeit. Danke, dass es euch gibt. Das wäre von mir nach all meinen Jahren die Einschätzung, die ich als Forschender, als neutral berichtender deutscher, veganer, YouTuber euch mitgeben kann. Danke an der Stelle auch an alle Unterstützer, die teilweise, also dieses Kanals, die seit knapp zehn Jahren meine Forschung, meine Darlegung und meine Sicht, die auch nicht immer Mainstream-tauglich ist, unterstützen und ja, dadurch wir alle so eine breitere Perspektive erhalten und nicht in irgendwelchen Bubbles abtauchen. Lass uns da gerne über deine Erfahrungen mit den Tierschutzorganisationen auch wieder hier in den Kommentaren miteinander reden. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und alles Liebe bis zum nächsten Video. Dein Jamu.